Hey Leute, Marvin hier. Kaffee, unser Lebenselixier, der Muntermacher am Morgen und treuer Begleiter durch lange Tage. Aber was, wenn ich euch sage, dass dieser scheinbar harmlose Wachmacher auch seine Schattenseiten hat? Tatsächlich lauern im alltäglichen Umgang mit Kaffee einige tückische Fallen, die eure Gesundheit gefährden können. Von Herzproblemen über Schlaflosigkeit bis hin zu einem erhöhten Krebsrisiko. Die Liste der möglichen Folgen ist lang und ernst zu nehmen. Macht euch bereit, denn in diesem Video decken wir 10 fatale Kaffeefehler auf, die ihr unbedingt vermeiden solltet, um eure Gesundheit zu schützen und euren Kaffeegenuss in vollen Zügen genießen zu können. Kaffee wirkt, das spüren wir alle. Der Herzschlag beschleunigt sich, die Müdigkeit verfliegt, wir fühlen uns energiegeladen und fokussiert. Doch Vorsicht! Diese belebende Wirkung hat ihre Grenzen. Koffein ist eine psychoaktive Substanz und wie bei jeder Droge kann eine Überdosis ernste Folgen haben. Herzklopfen, Zittern, Schwindel, das sind nur die harmloseren Symptome. Im schlimmsten Fall drohen Herzrhythmusstörungen, Krampfanfälle und sogar der Tod. Die Grenze zur Überdosis ist dabei niedriger als viele denken. Schon ab 400 Milligramm Koffein pro Tag, das entspricht etwa 4 Tassen Kaffee, wird es gefährlich. Und Achtung! Auch Energydrinks, Cola und Schokolade enthalten Koffein. Behaltet eure Koffeinzufuhr im Blick und überschreitet die empfohlene Tagesdosis nicht. Euer Körper wird es euch danken. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee am Morgen für viele der perfekte Start in den Tag. Doch wartet lieber noch mit dem ersten Schluck, denn Kaffee auf nüchternen Magen kann eurem Verdauungstrakt zusetzen. Kaffee regt die Produktion von Magensäure an. Auf leeren Magen trifft die Säure ungehindert auf die Magenwand. Sodbrennen und Magenschmerzen sind die Folge. Gönnt eurem Magen nach dem Aufwachen eine kleine Stärkung. Ein paar Bissen Brot oder ein Joghurt reichen schon aus. Kaffee und Alkohol, zwei Genussmittel, die auf den ersten Blick so gar nicht zusammenpassen wollen. Doch Vorsicht, dieser Mix ist nicht nur geschmacklich fragwürdig, sondern auch eine echte Gefahr für eure Gesundheit. Kaffee kann die Wirkung von Alkohol kaschieren. Die Gefahr, sich zu überschätzen und zu viel Alkohol zu konsumieren, steigt. Die Folgen sind fatal. Übelkeit, Erbrechen, Kontrollverlust. Wasser ist die beste Wahl, um euren Körper zu rehydrieren. Denkt daran, wer feiert, sollte auch Verantwortung für seine Gesundheit übernehmen. Zugegeben, schwarzer Kaffee ist nicht jedermanns Sache. Ein Löffelchen Zucker, ein Schuss Milch, schon schmeckt der Muntermacher gleich viel besser. Doch Vorsicht, aus dem kleinen Genussmoment kann schnell eine ungesunde Zuckerfalle werden. Denn Zucker liefert leere Kalorien, die den Blutzuckerspiegel in die Höhe treiben und langfristig zu Übergewicht, Diabetes und anderen Stoffwechselerkrankungen führen können. Besonders tückisch. Viele Kaffeespezialitäten aus dem Coffeeshop enthalten wahre Zuckerbomben. Ein großer Caramel Macchiato kann locker mal so viel Zucker wie eine Tafel Schokolade enthalten. Genießt euren Kaffee lieber mit Bedacht und reduziert den Zuckerzusatz auf ein Minimum. Alternativen wie Stevia, Xylit oder Erythrit süßen euren Kaffee-Kalorienarm und schonen eure Gesundheit. Kaffee am Nachmittag ist für viele ein liebgewonnenes Ritual. Doch aufgepasst, wer zu spät am Tag zum Wachmacher greift, riskiert schlaflose Nächte. Koffein wirkt bis zu sechs Stunden im Körper. Ein Espresso nach dem Abendessen kann also dazu führen, dass ihr stundenlang wach im Bett liegt und einfach nicht einschlafen könnt. Schlafmangel macht nicht nur müde und gereizt, sondern schwächt auch das Immunsystem, erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kann sogar Depressionen begünstigen. Gönnt eurem Körper deshalb am Abend lieber eine koffeinfreie Auszeit. Kräutertees, warme Milch mit Honig oder ein Glas Wasser sind die perfekte Begleitung für einen entspannten Abend und eine erholsame Nacht. Kaffeeliebhaber, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Die einen mögen ihn stark, die anderen lieber mild. Aber wusstet ihr, dass eure Wahl des Kaffeefilters eure Gesundheit beeinflussen kann? Ungefilterter Kaffee ist zwar geschmacksintensiv, enthält aber auch größere Mengen an Kaffeestohl. Einer Substanz, die euer LDL-Cholesterin, das schlechte Cholesterin, erhöhen kann. Im Laufe der Zeit kann ein hoher LDL-Cholesterinspiegel zu Ablagerungen in euren Arterien führen und das Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfälle erhöhen. Keine Panik, Kaffeeliebhaber! Ihr könnt eure tägliche Tasse Kaffee weiterhin genießen, ohne eure Herzgesundheit zu gefährden. Der einfache Wechsel zu gefiltertem Kaffee kann eure Kaffeestohlaufnahme deutlich reduzieren. Wenn ihr also das nächste Mal eine Kanne Kaffee zubereitet, denkt daran, ein kleiner Filter kann viel zum Schutz eures Herzens beitragen. Schwangerschaft ist eine Zeit großer Freude und Erwartung, aber auch eine Zeit, in der man sorgfältig auswählen sollte, was man isst und trinkt. Und ja, das gilt auch für Kaffee. Während eine moderate Menge an Koffein während der Schwangerschaft im Allgemeinen als sicher gilt, wird eine hohe Koffeinzufuhr mit einem erhöhten Risiko für Fehlgeburten, Frühgeburten und niedrigem Geburtsgewicht in Verbindung gebracht. Das amerikanische College für Geburtshilfe und Gynäkologie empfiehlt, die Koffeinzufuhr während der Schwangerschaft auf 200 Milligramm pro Tag zu beschränken, was etwa einer Tasse Kaffee von 350 Milliliter entspricht. Wenn ihr schwanger seid oder eine Schwangerschaft plant, ist es immer am besten, auf Nummer sicher zu gehen und mit eurem Arzt über eure Koffeinzufuhr zu sprechen. Kapitel 8 Koffeinempfindlichkeit. Achtet auf die Alarmglocken eures Körpers. Wir alle reagieren unterschiedlich auf Koffein. Manche Menschen können mehrere Espressi trinken, ohne mit der Wimper zu zucken, während andere schon nach einer einzigen Tasse Nervosität und Angst verspüren. Koffeinempfindlichkeit ist real und kann zu Angstzuständen, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und Herzklopfen führen. Hört auf euren Körper und begrenzt eure Aufnahme. Reduziert euren Konsum schrittweise und beobachtet, wie ihr euch fühlt. Es gibt viele köstliche Alternativen wie Kräutertees und entkoffeinierten Kaffee. Kapitel 9 Verbrühend heißer Kaffee. Ein Verbrennungsrisiko, das ihr nicht ignorieren solltet. Es gibt nichts Schöneres als eine dampfende Tasse Kaffee an einem kalten Tag. Aber bevor ihr den ersten Schluck nehmt, vergewissert euch, dass er nicht verbrühend heiß ist. Der Konsum sehr heißer Getränke wird mit einem erhöhten Risiko für Speiseröhrenkrebs in Verbindung gebracht. Einer Krebsart, die die Speiseröhre befällt, die euren Mund mit eurem Magen verbindet. Die Internationale Agentur für Krebsforschung stuft Getränke, die bei Temperaturen über 65 Grad Celsius, rund 49 Grad Fahrenheit, konsumiert werden, als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen ein. Lasst euren Kaffee also ein paar Minuten abkühlen, bevor ihr ihn genießt. Eure Geschmacksnerven und eure Speiseröhre werden es euch danken. Kapitel 10 Milchersatzprodukte, die versteckte Gefahr in eurem Kaffee. Für diejenigen, die ihren Kaffee lieber cremig mögen, scheinen Milchersatzprodukte eine gesündere Alternative zu Milch oder Sahne zu sein. Aber lasst euch nicht von dem harmlos klingenden Namenteu. Viele Milchersatzprodukte sind mit Transfetten belastet. Eine Art von ungesunden Fetten, die mit Herzerkrankungen, Schlaganfällen und Typ 2 Diabetes in Verbindung gebracht werden. Transfette erhöhen euren LDL-Cholesterinspiegel, schlechtes Cholesterin, und senken euren HDL-Cholesterinspiegel, gutes Cholesterin, was sich doppelt negativ auf eure Herzgesundheit auswirkt. Achtet genau auf die Zutatenliste und meidet Creamer, die teilweise gehärtetes Öl enthalten, das eine Hauptquelle für Transfette ist. Outro, Kaffeegenuss mit Verantwortung. Kaffee ist mehr als nur ein Getränk. Es ist ein Ritual, ein Genussmittel, ein Muntermacher. Doch wie bei so vielen Dingen im Leben gilt auch hier. Die Dosis macht das Gift. Wer die kleinen Tücken im Umgang mit Kaffee kennt und einige einfache Regeln beachtet, kann seinen Kaffee weiterhin mit gutem Gewissen genießen. Achtet auf eure Koffeinzufuhr, trinkt Kaffee nicht auf leeren Magen und verzichtet auf ungesunde Zusätze wie Zucker und Transfette. Denn Kaffee sollte uns beleben und nicht belasten. In diesem Sinne bleibt gesund und genießt euren Kaffee.